Großkontrolle im Grenzgebiet. Polizisten stellen Straftäter und bekommen Lügen aufgetischt. Das geht mir echt auf den Keks. Wenn ich Sie was frage, dann antworten Sie einfach normal. Fahnder der Bayerischen Grenzpolizei bei einer Buskontrolle. Ein Fahrgast hat einen auffälligen Ausweis. So fällst du schon. Total fällst du. So geht doch. Total fällst du. Und Verhaftung. Verdacht auf Rauschgiftschmuggel. Drogensuche mit Hund und Hightech. Überall, wo ein Hohlrahm ist, kann man auch irgendwas hinstecken. Unterwegs mit der Verkehrspolizei. Ein Raser entpuppt sich als besonders dreist. Er hat noch nie einen Führerschein besessen. Nahe der Grenze zur Schweiz hat die Bundespolizei eine Großkontrollstelle eingerichtet. Die Fahnder Lars Heidelbeer und Erik Werle haben hier einen Kombi gestoppt, dessen Fahrer bei der Polizei kein unbeschriebenes Blatt ist. So, wie es jetzt aussieht, haben wir bei dem hier. Altbeständig. Und so wie es aussieht, hat er auch keinen deutschen Führerschein mehr. Also Versagen der deutschen Fahrerlaubnis. Da werden wir ihn jetzt mal auf den Zahn fühlen am Fahrzeug. Hi. Hallo. Wo ist denn hier ein Führerschein? Den habe ich hier nicht immer umschreiben lassen. Den sind Sie am umschreiben lassen? Ich bin ein deutscher Beantrag. Und der Schweizer ist wo? Der müsste ich abgeben in einer Gemeinde. In einer Gemeinde? Ich habe alles in einer Gemeinde beantragt. Da habe ich auch Formulare bekommen. Die haben alles nach Deutschland geschenkt. Okay. Hatten Sie schon mal in Deutschland ein Problem mit dem Führerschein? Nein. Ich habe ihn damals einmal beantragt, nur ich habe ihn nicht abgeholt in Konstanz. Kann das sein, dass man Ihnen dann vielleicht die Fahrerlaubnis versagt hat? Nein. Nicht? Also ich habe einen Systemeintrag drin bei mir, Versagung der allgemeinen Fahrerlaubnisklasse B. Das heißt? Ja, das heißt, Sie dürfen nicht fahren. Sie haben keine Fahrerlaubnis, somit fahren Sie ohne Fahrerlaubnis. Das ist eine Straftat. Ich muss Sie belehren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Das Fahrzeug müssen wir nachher irgendwo umparken, dass das verkehrssicher abgestellt wird. Sie natürlich nicht. Und den Rest klären wir dann mit dem Revier. Kommen Sie ganz kurz mit, dann zeige ich Ihnen das. Alles, was Sie in den Taschen haben, gerade mal da ablegen. Nach der Durchsuchung des Fahrers recherchiert Lars Heidelberg noch einmal im Polizeisystem. Also, Fahrerlaubnis ist versagt worden. Damit dürfen Sie aus meiner Sicht nicht Autos fahren. Der Rest muss nachher das Revier klären, beziehungsweise Sie irgendwelche Nachweise antreten, okay? Das ist gut, dass wir einen Schweizer Kollegen hier haben, der kann das nämlich sofort überprüfen. Aber wenn die deutsche allgemeine Fahrerlaubnis B versagt wurde, dann hat sich das Thema auch für Sie in Deutschland erledigt. Daniel Antoniazzi von der Eidgenössischen Zollverwaltung hat bei dem Fahrer einen Drogentest durchgeführt, während sein deutscher Kollege im Polizeisystem recherchiert hat. Bisschen Speed gezogen. Nein, da können wir auch gerne andere Kontrollen machen. Ich habe kein Speed oder sonstiges gezogen. Bestimmt nicht. Ich habe kein Zoll oder alles. Da kann ich gerne, nehmen Sie auch von mir Blut jetzt alles, aber das habe ich nicht gemacht. Machen wir nochmal einen Speicheltest. Exzessive oder sowas, das nehme ich nicht. Ja, der Drogentest ist positiv auf MDMA. Können Sie mit mir alle Drogentests machen? Ich habe kein MDMA-Kontomierung. Wir geben uns ganz viel Mühe. Jetzt durchsucht Lars Heidelbeer die Geldbörse des Fahrers. Und dabei findet er etwas, was der Fahrer angeblich gar nicht mehr hat. Einen Schweizer Führerschein. Haben Sie einen Schweizer Fahrerlaubnis? Haben Sie zwei? Vielleicht hat sie da damals einen verloren. Das geht mir echt auf den Keks. Wenn ich Sie was frage, dann antworten Sie einfach normal. Ja. Oder wir unterhalten uns gar nicht. Also anlügen kann ich... Nein. Nein. Wirklich. Haben Sie eine Schweizer Fahrerlaubnis? Nein, habe ich nicht. Ich gucke in den Geldbeutel rein und was finde ich einen Schweizer Führerschein. Wollen Sie mich verarschen? Also Entschuldigung, aber da fällt mir nichts anderes zu ein. Und dann sage ich ja, sagen Sie gar nichts. Sagen Sie einfach, ich habe keinen Bock mit Ihnen zu reden. Alles gut. Aber so blöd Anlügen und dann so offensichtlich, das brauche ich nicht. Das ist mir zu doof. Lars Heidelbeer und Erik Werle hätten sich viel Recherche sparen können, hätte der Mann sie nicht angelogen. Jetzt habe ich kurz das Portemonnaie durchsucht und finde dann auf einmal einen Schweizer Führerschein. Wobei er ja mehrfach gesagt hat, nee, hat er nicht. Hat er weggegeben. Müssen wir das mal abklären, ob der auch noch ausgeschrieben ist. Spätestens jetzt ist er so ein Sohn fahren ohne, weil er seit September 18 in Deutschland ist. Ja gut, das habe ich auch schon gesagt. Das ist über sechs Monate. Es geht eher darum, einfach Führerscheine vorenthalten. Ja, das ist ja das nächste Thema. Und außerdem steht noch die Frage im Raum, ob der Mann unter Drogeneinfluss gefahren ist. Darum kümmert sich Daniel Antoniazzi von der Eidgenössischen Zollverwaltung, die regelmäßig mit der Bundespolizei zusammenarbeitet. Wir haben jetzt auch Verdacht einen Oberflächen-Wischtest durchgeführt. Der fiel zuerst positiv aus auf MDMA. Der zweite, den wir zur Sicherheit immer wieder durchführen, der war dann negativ. Somit ist das Verfahren unter Drogeneinfluss ausgeschlossen. In dieser Hinsicht hat der Fahrer also die Wahrheit gesagt. Was die zwei Führerscheine des Mannes angeht, haben Lars Heidelbeer und Daniel Antoniazzi jetzt auch Klarheit. Das bedeutet im Endeffekt, dass er jetzt einen Führerschein, den er damals verloren hat, bei der deutschen Straßenverkehrsbehörde jetzt abgegeben hat. Und den anderen hat er einfach mal behalten, um mit ihm jetzt weiterzufahren. Bei uns im System hat er allerdings eine Versagung der deutschen Fahrerlaubnis. Das heißt, in Deutschland darf er gar kein Fahrzeug führen. Und selbst wenn er ein Fahrzeug hätte führen dürfen, mit dem Schweizer Führerschein, hätte er schon gar nicht mehr fahren dürfen, weil er seit, ich glaube, Anfang Dezember in Deutschland gemeldet ist. Sechs Monate hat er Zeit, diesen Führerschein umzuschreiben. Damit ist er sowieso ohne Fahrerlaubnis gefahren. Auf ihn wartet jetzt ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Und dafür kann es bis zu einem Jahr Haft oder eine Geldstrafe geben. Weithaus in der Oberpfalz. Nur wenige Kilometer entfernt von der tschechischen Grenze. Das Revier von Gerald G. und Herbert Z. Die beiden sind Fahnder der Bayerischen Grenzpolizei. Feststellungen haben wir hier, breite Palette von Betäubungsmitteln über Diebstahlsdelikte, Wohnungseinbrüche, auch Verkehrsdelikte, Trockenfahrten oder auch Alkohol. Das komplette Strafgesetzbuch, eigentlich rauf und runter. Die günstigste Möglichkeit, von einem Land ins andere zu fahren, sind Billiglinienbusse. Kriminelle nutzen sie auch deswegen gerne, weil sie sich in einer größeren Menge von Passagieren sicherer fühlen vor der Polizei. Gerade deswegen halten die Fahnder diesen Bus an. So, guten Morgen, Polizeikontrolle, Passport, please. In diesem Bus Richtung Prag sitzen nur wenige Passagiere. Einer von ihnen fällt den Fahndern auf. Der Mann hat allerdings einen italienischen Ausweis. Und er ist nervös. Der italienische Personalausweis, den der Mann vorgezeigt hat, kommt den Fahndern verdächtig vor. Die Fahnder durchsuchen das Gepäck des Mannes nach anderen Ausweisen oder Dokumenten, die näheren Aufschluss geben könnten über die wahre Identität des Besitzers. Vergeblich. Ein Laie hätte die Fälschung nicht als solche erkannt. Dabei ist sie nicht einmal annähernd perfekt. Mittelmäßig würde ich jetzt mal sagen. Also, im ersten Blick, so gut. Wenn man ihn näher anschaut, dann müsste man es eigentlich schon feststellen können. Der Bus kann seine Reise nach Prag fortsetzen. Natürlich ohne den Mann mit dem gefälschten Personalausweis. Die Fahnder wollen jetzt herausfinden, woher er stammt. Er sagt, er ist gar kein Italiener. So, weil er italienische ID hat. Do you have a passport original? Algier. Algier. Algierisch. Do you have a passport from which country? Algerian. Algerian. Where is your passport? Where? I don't have a passport. This is a... You put it over. Vielleicht hat er seinen alten Pass aber doch noch. Die Fahnder durchsuchen seine Kleidung. Auch um sicher zu gehen, dass er keine gefährlichen Gegenstände bei sich trägt. Er hat ja bestimmt einen Grund, warum er also eine Fälschung hat. Das eine ist einmal die illegale Einreise oder der illegale Aufenthalt. Dass er eine Identitätskarte fälscht. Das andere kann auch sein, dass vielleicht ein Haftbefehl vorliegt, ein Strafvollstreckungshaftbefehl oder ein Untersuchungshaftbefehl. Das kann jetzt vieles sein und wir haben ja auf der Dienststelle dann überprüfen. Festnahme. Mit Handschellen gefesselt, kommt der Festgenommene auf die Rücksitzbank der Zivilstreife. Fahnder Herbert Z. setzt sich neben ihn. Nachdem wir jetzt hinten einen Gefangenen haben, wird der quasi hinten bewacht, damit er nicht vorlangen kann und irgendwas anstehen kann oder versorgen kann, auszubupsen. Darum ist es als Eigensicherungsgründer immer so, dass jemand hinten beim Gefangenen hockt. Und der ist natürlich gefesselt. Jetzt ist zu klären, ist der Mann ein illegaler Einwanderer oder ein gesuchter Krimineller? Baden-Württemberg, nahe der Schweiz. Die Bundespolizisten Erik Werle und Lars Heidelbeer bekämpfen hier die grenzüberschreitende Kriminalität. Ich hätte ganz gerne den Opel Zafira mit französischen Kennzeichen. Den wünsche ich mir von dir. Sehr gerne. Da vorne. Ja, wir sehen ihn. Der LKW wird jetzt abbiegen. Und somit haben wir freie Bahn. An dem Fahrzeug, das die beiden Fahnder jetzt verfolgen, ist ihnen etwas Ungewöhnliches aufgefallen. Ach, das ist französisches Kennzeichen. Da haben wir jetzt nicht ganz so viele. Sie sahen auch nicht unbedingt aus wie Touristen. Müssen wir mal reinschauen. Nach knapp zwei Minuten haben die Bundespolizisten den Wagen eingeholt und dirigieren ihn auf eine Nebenstraße. Was machst du mit deinem Französisch? Kannst du? Ich kann kein Französisch. Guten Tag. Sie sprechen Deutsch? Ein bisschen. Ein bisschen? Okay, wir machen Kontrolle. Ich brauche bitte Führerschein. Autopapier. Von Ihnen auch Dokument? Wo ist die Versicherung? Assurance? Betretenes Schweigen. Ja, Sie müssen mit mir reden. Wenn Sie mich nur so angucken, dann komme ich nicht weiter mit. Dieses Auto ist nicht mein. Mein Auto ist kaputt zwei, drei Tage. Sie dürfen aber damit nicht einfach fahren, oder? Mach nur mal in Olcaris. Ich glaube, das Fahrzeug ist schon wieder auf was anderes zugelassen. Das passt nicht. Kann ich mal kurz Ihre Hände sehen? Sie arbeiten in Deutschland? Ja, wir arbeiten in Deutschland und in Deutschland und in Österreich, überall. Überall. Okay. Rumänische Handwerker, französisches Fahrzeug. Hier stimmt etwas nicht. Das zeigt auch die Recherche im Polizeisystem. Aus meiner Sicht ist das Fahrzeug, das, was hier steht, mit den Kennzeichen nicht mehr im Verkehr. Also nicht zugelassen, nicht versichert. Also gehe ich jetzt mal aktuell von dem Fahren ohne Zulassung und Ausländerpflichtversicherungsgesetzverstoß, wäre eine Straftat. Auch das Kennzeichen kommt den Fahndern äußerst verdächtig vor. Ach, das kann sein, dass das Weiße rausgebrochen ist. Nee, der hat sich das nachmachen lassen. Hier, schau mal, das ist kein Originales mehr. Das ist eine Kopie, weißt du das? Ja, ja, das ist eine Farbkopie auf einer Folie. Das Problem ist, das haben wir häufiger in Frankreich. Ich hatte letztens auch welche, die hat irgendeine Firma gebastelt. Das ist echt ein Problem. Ich muss mal nachschauen, ob ich was finde wegen der französischen Versicherung. Das ist vorne das Gleiche. Vorne genau das Gleiche? Ja, das sieht eigentlich genauso aus. Über die französische Versicherung des Fahrzeugs findet Lars Heidelbeer im System nichts. Dafür findet Erik Werle heraus, dass der Beifahrer schon mehrere Straftaten begangen hat. Gehen Sie einmal kurz, treten Sie hier hin. Genau, auch kein Geld oder irgendwas drinne. Nichts. Gut. Kurz nochmal, was Sie in den Taschen haben. Können Sie mal Ihre Taschen kurz leer machen und dann drauflegen? Wie lange benutzen Sie das Auto schon? Ein paar Tage. Ein paar Tage. Die Fahnder durchsuchen die beiden Männer. Das dient der eigenen Sicherheit. Außerdem könnten in den Taschen Papiere sein, die bei den Ermittlungen weiterhelfen könnten. Bei den französischen Fahrzeugen ist es normalerweise so, dass Sie vorne in der Windschutzscheibe ein kleines viereckiges Papierchen haben, wo drauf steht, bis wann die Versicherung des Fahrzeuges gültig ist. Das ist in Frankreich einfach so. Ob es Verpflichtung ist oder nicht, das wissen wir nicht. Auf jeden Fall hat er das nicht und er hat überhaupt gar keine Versicherungsunterlagen da. Deswegen müssen wir jetzt mal schauen, ob wir da irgendwas finden. Möglicherweise sind die Papiere in einer der Geldbörsen oder liegen anderswo im Fahrzeug. Da haben wir es doch. Und sie ist abgelaufen. 30, 12, 18. So, und damit können wir jetzt abfragen, wenn Franzosen. Alles klar. Wir haben das bei den französischen Autos recht häufig, dass sie mit der Versicherung, die nehmen das nicht so automatisiert, wie das bei uns läuft, sondern die läuft halt einfach für ein halbes Jahr oder für ein Jahr. Und wenn die abgelaufen ist, dann heißt das nicht zwangsläufig, dass sie sich eine neue holen. Fahren wir halt weiter. Problematik ist halt nur, wenn sie dann irgendwo einen Unfall bauen. Denn dann bleibt der Unfallgegner sehr wahrscheinlich auf seinen Reparaturkosten sitzen. Von den Folgekosten bei Personenschäden ganz zu schweigen. Also so sieht das jetzt aus. Das ist das, was ich gefunden habe. Und das ist eben dieses viereckige Ding, das dann vorne in die Windschutzscheibe eingelegt wird. Lars, folgendes. Also so wie es aussieht, ja? Das hier ist für den Allerwertesten, weil das Fahrzeug nicht mehr auf diesen Herrn gemäß Fahrzeugschein zugelassen ist. Also somit auch nicht auf diese Versicherung mehr zugelassen ist. Der Kollege vom GZ Kehl geht jetzt nochmal ins französische System und schaut nach, wann das Fahrzeug verkauft wurde. Nach jetzigem Stand nicht zugelassen, nicht versichern. Das heißt, inzwischen gab es einen Fahrzeughalterwechsel. Und der Fahrzeughalter muss ich jetzt noch rausfinden. Ich weiß jetzt, wo der wohnt. Ist auch ein rumänischer Staatsangehörige, wohnt aber in Deutschland. Das heißt, steuerrechtlich dürfte das Fahrzeug auch gar nicht fahren. Also wird dann wahrscheinlich auch noch eine Steuerhinterziehung dran hängen bleiben. Der Freund, der den beiden das Auto geliehen hat, ist also auch mit dran. Und die Fahnder werden noch mehr herausfinden. Nahe der tschechischen Grenze haben Fahnder der Bayerischen Grenzpolizei einen Algerier festgenommen und bringen ihn jetzt zur Inspektion Weithaus. Der Mann hatte einen gefälschten italienischen Personalausweis bei sich. Also wir müssen ihn jetzt einmal körperlich durchsuchen. Das heißt, er wird einmal komplett ausgezogen, damit wir sehen, ob er irgendwas am Körper noch trägt. Vielleicht hat er ja noch einen Ausweis oder was dabei. Der Beschuldigte kommt nach eigenen Angaben aus Paris und war auf dem Weg nach Prag. Dass sein Ausweis gefälscht ist, hat er bestritten. Bisher zumindest. Also uns hat er jetzt gegenüber in Englisch angegeben, dass er den italienischen Personalausweis für 100 Euro in Paris irgendwo gekauft hat. Und er hat sich dafür entschuldigt bei uns. Was nichts an der Tatsache ändert an den Straftaten. Im Gepäck des Mannes findet sich nichts, was auf seine wahre Identität hinweist. Die wollen die Fahnder jetzt bei einer Vernehmung ermitteln und prüfen, ob der Mann wegen eines Verbrechens zur Fahndung ausgeschrieben ist. Haben Sie Probleme mit der Polizei? Never, never. No problem in France? Never, never. Is it the first time in Europe? The first time in Europe? Seven months, months? Yes, yes. Seven years in Europe? In France, yes. In France, seven years in France. Yes. Sollte der Algerier irgendwo im Schengen-Raum Asyl beantragt haben, müssten seine Fingerabdrücke im System hinterlegt sein. Also als Ergebnis von dem Avis-Schnellabgleich ist jetzt, dass er nicht erfasst ist, weder in Frankreich noch sowieso nicht in Deutschland. Der Mann will wissen, ob es nicht irgendeine Möglichkeit gibt, wie er wieder aus der Sache rauskommen könnte. Er hat mich jetzt gerade gefragt, ob es not pardon, not pardon ist, not possible. Also ob es mit einer Entschuldigung reichen würde, möchte er mir zu verstehen geben, aber das können wir leider nicht annehmen. Also okay, gehen wir rauf. Der wissentliche Besitz sowie die Beschaffung eines gefälschten Ausweises ist eine Straftat. Sie wird geahndet mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder einer Geldstrafe. Doch das Schlimmste für den Mann? Er droht auf jeden Fall eine Abschiebehaft und für die Strafen entweder eine Geldbusse oder da wird es recht einsam werden mit der Geldbusse, weil er eine 140 Euro dabei hat und ja sich in Europa illegal aufhält. Also von dem her. Sieben Jahre war der Algerier illegal in Frankreich. Sieben Jahre unentdeckt. Jetzt droht ihm die Abschiebung zurück in sein Heimatland. Nahe der Schweiz hat die Bundespolizei zwei Rumänen gestoppt. Sie sind unterwegs im Fahrzeug eines Bekannten. Die französischen Kennzeichen gehören zu einem anderen Pkw und versichert ist das Fahrzeug auch nicht. Der Fahrer bekommt eine Strafanzeige wegen Verstuchtdienst-Ausländer-Pflichtversicherungsgesetz, weil er ein Fahrzeug führt, was hier in Deutschland nicht versichert ist. Zugelassen ist es auch nicht. Also es ist dann wahrscheinlich ein Bußgeldbereich. Die Ausrede, das Fahrzeug gehöre gar nicht Ihnen, lässt Fahnder Lars Heidelberg nicht gelten. Wissen Sie, wenn Sie in Deutschland ein Auto fahren, dann müssen Sie gucken, Papiere passen, Versicherung, alles gut und dann losfahren. Gucken noch, ob der Reifen gut ist, ob Blinker gut ist. Das ist Ihre Verantwortung. Wenn Sie fahren, muss alles gut sein. Wenn es nicht gut ist, dann hat der Fahrer ein Problem. Der Fahrer muss Name und Adresse des Fahrzeugbesitzers angeben. Die Recherche im Polizeisystem bringt eine weitere Überraschung. Dann zeigen wir es Ihnen, ne? Genau. Der Freund von Ihnen, der Ihnen das Fahrzeug überlassen hat, der ist verurteilt worden vom Amtsgericht wegen Nötigung. Und hat deswegen einen Haftbefehl, weil er halt wahrscheinlich die Geldstrafe nicht bezahlt hat. Und ist deswegen ausgeschrieben, dass er halt die Geldstrafe noch zu zahlen hat oder ersatzweise dann in Haft geht. Und es kommt noch einiges mehr auf den Fahrzeugbesitzer zu. Also der Halter bekommt natürlich auch eine Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Ausländerpflichtversicherungsgesetz, weil er ihm das Auto so weitergibt und zulässt, dass der andere das im Straßenverkehr bewegt. Und der Halter wird auch eine Anzeige bekommen wegen Steuerhunterziehung, weil er das Fahrzeug in Deutschland führt und es nicht versteuert hat. Zuständig dafür ist die Landespolizei, die inzwischen angerückt ist. Sie überprüft den Wagen anhand der Fahrzeugidentnummer. Die Überprüfung hat das Ergebnis, dass das Fahrzeug ursprünglich mal in Deutschland zugelassen war. Es wurde dann in Deutschland abgemeldet und zwischenzeitlich wurde von irgendjemand diese Kennzeichen von Frankreich an diesem Fahrzeug angebracht. Und mit diesem Fahrzeug wurde jetzt so im öffentlichen Straßenverkehr gefahren, obwohl momentan kein Versicherungsschutz besteht und das Fahrzeug so nicht zugelassen ist. Fälle wie dieser sind nichts Neues für die Männer vom Verkehrskommissariat. Die Polizisten beschlagnahmen die Kennzeichen. Sie sind Beweismittel im Strafverfahren. Das Fahrzeug selbst allerdings nicht. So, müssen wir mal schauen, was wir machen damit. Also selber abschleppen dürfen sie es ja auch nicht. Deswegen bleibt eigentlich nur noch das Aufladen auf dem Trailer oder auf dem Sattelschlepper. Anders geht das gar nicht. Das Auto bleibt hier, ja? Ja, das Fahrzeug bleibt hier. Ah, Kulli, die Maschine. Maschine, die Maschine. Sie alle? Ja, die Maschine, ja. Haben Sie die Möglichkeit, das Fahrzeug hier abholen zu lassen, dass es aufgeladen wird auf den Anhänger? Nein, das ist das. Also dürfen Sie ja nicht mehr fahren. Okay, wir fahren nicht mehr. Morgen, Arbeiten. Ich sage, ich bin nicht mehr. Ratlosigkeit. Hier stehen bleiben darf der Wagen nicht. Der Fahrer telefoniert mit Bekannten, die ihm helfen sollen. Ja, Sie haben wohl schon jemand organisiert, der einen Hänger oder sowas hat, um das Auto aufzuladen und dann wegzubringen. Fahren ist nicht mehr. Für die Fahnder ist der Fall erledigt. Den Rest übernehmen die Polizisten vom Verkehrskommissariat.